Um zu verstehen, wie sich der Klimawandel vor allem auf Haushalts- und individueller Ebene auswirkt, ist es wichtig, einige grundlegende Konzepte zu kennen. Wir schauen uns deshalb Konzepte wie Vulnerabilität, Risiko, Gefahr, Bewältigung, Anpassung, Resilienz an und erklären das nochmal konkret mit Beispielen aus Thailand. Was ist Risiko? Neben der alltagssprachlichen Bedeutung von Risiko definiert der Weltklimarat Risiko als die Anfälligkeit oder Verwundbarkeit für nachteilige Auswirkungen aufgrund einer Gefahrensituation oder einer negativen Entwicklung, eines Hazards. Risiko resultiert hier vor allem aus dem Zusammenwirken von drei Dingen, von dem Vorhandensein von Gefahr, von Ausgesetztheit, also dem Grad der Betroffenheit und der Verwundbarkeit von sozialen Gruppen oder Ländern gegenüber den Risiken. Oft wird Risiko in einem eher technischen Sinne auch ausgedrückt als Produkt der Eintrittswahrscheinlichkeit eines Gefahrenereignisses oder negativen Trends und der erwarteten Schadenshöhe. Daneben gibt es aber auch soziale und kulturelle Aspekte von Risiken. Beispielsweise können Risiken das Ergebnis sozialen Handelns bezüglich einer Gefährdung sein. Die Bewertung von Risiken und das Handeln, was danach erfolgt, ist natürlich kulturell und sozial sehr unterschiedlich. Unter Verwundbarkeit oder Vulnerabilität versteht man die Neigung von Gefahren oder Risiken, negativ betroffen zu sein. Im Prinzip gibt es zwei grundlegende Seiten der Verwundbarkeit. Ein Konzept, das schon über 20 Jahre in dieser Form besteht, aber auch beständig weiterentwickelt wird. Einmal eine externe Seite, die Ausgesetztheit eines Haushalts oder einer Gemeinschaft, eines Individuums gegen Risiken, Schocks oder externen Stressfaktoren. Und einmal eine innere Seite, das Vorhandensein oder aber auch der Mangel an Mitteln, um Risiken zu begegnen, um Risiken ohne Schaden zu bewältigen. Das können psychische, physische, wirtschaftliche, soziale und andere Ressourcen sein. Diese Konzepte sind eingeflossen worden und operationalisiert worden, beispielsweise im Weltrisikoindex. Das ist ein Index, der 2011 von der United Nations University entwickelt worden ist und seitdem regelmäßig aktualisiert wird. Risiko wird hier ausgedrückt als Funktion von Gefährdung und Vulnerabilität. Gefährdung vor allem gegenüber Naturgefahren. Hier fließen ein Erdbeben, Wirbelstürme, Überschwemmungen, aber auch Meeresspiegelanstieg. Und Vulnerabilität setzt sich hier zusammen aus Anfälligkeit, also beispielsweise dem Vorhandensein von Infrastruktur, die betroffen sein kann oder der Art und Weise, wie Ernährungssysteme betroffen sein können. Aber auch dem Mangel an Bewältigungskapazitäten, beispielsweise durch fehlende materielle Absicherungen, medizinische Versorgung oder mangelnde Regierungsverirrung. Und schließlich dem Mangel an Anpassungskapazitäten. Kommen wir zu einem weiteren zentralen Begriff. Unter Bewältigungskapazität wird im Allgemeinen die Fähigkeit verstanden, negative Auswirkungen oder Schocks zu absorbieren oder negative Konsequenzen von Ereignissen abzuwenden. In der Grafik ganz schematisch dargestellt, zwei Gruppen von Haushalten und ein Ereignis, was da eintritt. Auf der x-Achse haben wir die Zeit, auf der y-Achse ein Maß für Lebensqualität oder Wellbeing. Wenn jetzt Ereignis x eintritt, der Stern, der Schock und der eine Haushalt dieses Ereignis gut abpuffern kann, also eine hohe Bewältigungskapazität hat, dann wird das nur zu einer kurzfristigen oder im Idealfall kaum Verringerung der Lebensqualität führen. Ein Haushalt oder eine Gruppe, die geringere Bewältigungskapazitäten hat, wird entsprechend stärker durch so ein Ereignis in ihrer Lebensqualität beeinträchtigt. Das Konzept der Resilienz kommt ursprünglich aus der Ökologie und bezeichnet die Fähigkeit eines Systems, Störungen zu absorbieren und sich im Wesentlichen bei Veränderungen anzupassen und zu reorganisieren, wobei die gleiche Grundfunktion, Struktur und Identität beibehalten wird. Das ist die Definition aus dem ökologischen Bereich. Bezogen auf menschliche Systeme beinhaltet Resilienz damit natürlich die Fähigkeit zur Anpassung und auch zur Transformation von Systemen. Anpassung oder Adaptation im Englischen bezeichnet den Prozess der planvollen Veränderung in Bezug auf den Klimawandel vor allem hinsichtlich Klimaveränderung und ihre Auswirkungen auf menschliche Systeme. Damit zielt Anpassung darauf ab, Schäden zu mildern oder zu vermeiden und oder vorteilhafte Möglichkeiten zu nutzen. So wird Anpassung im Wildklimabericht definiert. Ein Beispiel, wie einige dieser zentralen Konzepte zusammengeführt werden, stellt die Idee der sozialen Resilienz dar. Keck und Saktapolrak verstehen darunter beispielsweise das Vorhandensein von Bewältigungskapazität, Anpassungskapazität, aber auch transformativer Kapazität. Was verstehen wir darunter? Bewältigung oder Coping bezieht sich hierbei auf ein Wiederherstellen und das des Wohlergehens nach dem Eintritt von Schadens- oder Risikoereignissen. Die Anpassung bezieht sich auf das Erhalten von Wohlbefinden oder Wellbeing in Vorbereitung oder in Erwartung von zukünftigen Ereignissen und die Transformation bezieht sich auf die deutliche Verbesserung von Wohlbefinden oder Wellbeing durch die Veränderung von Kontexten oder Teilsystemen. Nehmen wir als Beispiel für diese drei Dimensionen der sozialen Resilienz das Auftreten einer Dürre und die Auswirkungen auf kleinbäuerliche Landwirtschaft. Bewältigungskapazität könnte sein, die Dürre ist aufgetreten, ich habe meine Ernte verloren, ich kann mir über neues Saatgut kaufen oder auch nicht. Ein Beispiel für Anpassung wäre die Erweiterung meines Kornspeichers in Erwartung der nächsten Dürre, sodass ich ausreichend Saatgut habe, um nochmal nachpflanzen zu können. Ein Beispiel für eine transformative Handlung wäre die Veränderung von lokalen Institutionen und Strukturen, beispielsweise die Einführung von Versicherungen für Kleinbauern gegen Ernteverluste zu erwirken. Schlüsselfaktoren, die Menschen, Haushalte, Individuen, soziale Systeme ermöglichen, in diesen drei Dimensionen resilient zu sein, sind beispielsweise das Vorhandensein von Ressourcen, sozialen Beziehungen, also das Vertrauen, die gegenseitige Unterstützung in einer Gesellschaft oder Gemeinschaft, das Vorhandensein von und Funktionieren von Institutionen, aber auch die Gestaltung oder die Ausprägung von Machtbeziehungen, also Zugang zu Ressourcen, zu Entscheidungen, Ungleichheit, aber auch Aspekte von Gender und schließlich Wissen und Diskurse, die sich auswirken auf Wahrnehmungen, auf Präferenzen und auf Bewertungen von Risiken und von Handlungsoptionen. Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank!